Hallo liebe Schülerinnen und Schüler! Hallo zusammen! Wir kommen nun schon zu unserem zweiten Video, unserem neuen Kapitel 3. Und bevor wir jetzt mit dem neuen Thema starten, das Integral, was dahinter steckt, werden wir gleich sehen. Nochmal kurz erinnerungsmäßig zurück an die letzte Woche. Wir haben uns letzte Woche überlegt, wie kann man die Flächen unter Kurven berechnen. Hier wäre das ein sehr einfacher Fall, weil wir nur Geraden bzw. Parallelen haben. Was haben wir gemacht? Na gut, wir haben gesagt, wir können die einzelnen Flächen am besten berechnen, wenn wir solche Abschnitte hier machen. Hier hätten wir die Fläche A1 als Dreiecksfläche, A2 als Rechtecksfläche, sowie A3 und A4 wären wieder Dreiecksflächen. Die kann man einzeln ausrechnen mit der entsprechenden Formel. Das wollen wir jetzt gar nicht wiederholen. Wem da was unklar ist, schaut in der letzten Woche nochmal nach. Wir sind aber nicht nur bei den Teilflächen geblieben, sondern wir haben uns auch die Gesamtfläche unter der Kurve angeschaut. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Zum einen könnte man sagen, naja, wir sehen das Ganze rein geometrisch. Wir zählen einfach diese vier Flächen zusammen und erhalten damit die Gesamtfläche. Oder man betrachtet den sogenannten orientierten Flächeninhalt. Den haben wir gebraucht, um aus dem, was wir hier haben, eine andere Fläche rekonstruieren zu können. Und bei diesem orientierten Flächeninhalt müssen wir zur Erinnerung darauf achten, ob die einzelnen Teilflächen oberhalb oder unterhalb der x-Achse liegen. Die, die oberhalb liegen, die zählen wir einfach zusammen. Und die, die unterhalb liegen, die ziehen wir von dem Ganzen ab. Die erhalten ein Minus als Vorzeichen. Und so haben wir diesen orientierten Flächeninhalt berechnet. So, heute kommt ein neuer Aspekt dazu. So, jetzt haben wir folgendes Problem. Wir haben hier den Graphen einer Funktion, und zwar von der Funktion f von x ist x². Und jetzt soll der Inhalt der Fläche unter dem Graphen von f von x gleich x² im Intervall 0,1 bestimmt werden. Mit hier rechteckigen Klammern, das heißt 0 und 1 gehört dazu. Das heißt im Endeffekt der Flächeninhalt, der hier komplett gestrichelt hier drunter ist, bis zur 1. Jetzt haben wir ein Problem. Der Teil hat euch so schön erklärt, und das geht bei Rechtecksflächen oder bei Dreiecksflächen. Das ist hier leider keine davon. Ja, ich habe mir die leichten Beispiele rausgesucht. Dabei müsste man meinen f von x ist x², das ist eigentlich auch ein leichtes Beispiel. Kennt ihr seit der 8. Klasse. Naja, aber da gibt es auch eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Und zwar die Möglichkeit, es mit einer Untersumme anzunähern. Wie das geht, zeigen wir euch. So, das Prinzip der Untersumme ist hier schon mal dargestellt. Und zwar eine Annäherung durch 4 Rechtecksflächen. Wenn wir jetzt denken, 4 Rechtecksflächen, ich sehe nur 3. Ich auch. Ja, das liegt daran, dass die haben immer die Höhe vom Funktionswert von der linken Seite. Also hier f von 0 und f von 0 hat die Höhe 0. Deswegen hat dieses Rechteck die Höhe 0 und die Breite 1 Viertel. Deswegen ist das eigentlich nur ein Strich und hat einen Flächeninhalt 0. Ah, dann sehe ich auch 4. Und hier natürlich die anderen 3. Hier f von 1 Viertel hoch. Also das geht dann bis 1 Sechzehntel hoch. 1 Sechzehntel ist die Höhe und 1 Viertel rüber. Hier ist es 1 Viertel hoch. f von 3 Viertel und 1 Viertel rüber. Und hier ist f von 3 Viertel hoch. Das ist dann 9 Sechzehntel. Das ist genau hier. Und auch 1 Viertel rüber. Und wenn man diese 3 Flächen, 4 Flächen, hier mit dem Flächeninhalt 0, aufsummieren würde, würde wir jetzt einen Flächeninhalt bekommen, der die Fläche unter dem Graphen der Funktion schon mal annähert. Ist natürlich zu klein. Das sieht man ja klar. Aber es ist auf jeden Fall schon eine Annäherung, wo man sagen kann, mindestens so viel ist es. So, dann versuchen wir das jetzt mal genauer zu bestimmen. Wir haben das schon mal vorbereitet, und zwar mit dem Programm GeoGebra. Einige von euch werden es vielleicht kennen. Ich schiebe mal uns das ein bisschen zur Seite. Und hier ist schon das Programm. Und hier haben wir das auch schon vorbereitet. Hier der Graph der Funktion. f von x ist x². Wir versuchen die Fläche von 0 bis 1 zu bestimmen. Und hier sind auch unsere 4 Flächen. Und wir haben jetzt hier einen Regler. Damit können wir aus den 4 Flächen ganz leicht mehr Flächen machen. Momentan ist übrigens die Untersumme hier U4. Also weil Untersumme schreibt man U. Das 4 ist, weil es 4 Flächen sind. Das ist momentan immer 2,2. Natürlich zu wenig, weil diese weißen hier fehlen. Das würde man erhalten, wenn man jetzt diese Rechtecke von Hand ausrechnen und addieren würde. Genau das kam dann raus. Genau. Jetzt mache ich mal mehr. Machen wir mal 5. Seht ihr das schon ein bisschen genauer. Und ihr seht auch, der Flächen halt steigt jetzt auch an. Das passt zu dem, was Herr Färmich vorhin gesagt hat. Dass es nämlich mindestens der Wert ist. Er liegt ein bisschen über dem. Weil selbst jetzt, jetzt sind es gerade eben 20 Teilflächen. Und ihr seht, es sind immer noch kleine weiße Bereiche. Das heißt, auch diese 0,31, die jetzt angezeigt wird, liegt immer noch unter dem eigentlichen Wert. Wenn wir jetzt die Anzahl der Flächen erhöhen, machen wir diese weißen Aussparungen immer kleiner. Und nähern uns auch immer mehr dem tatsächlichen Wert. Zum Beispiel jetzt. Und ihr seht mal, wenn der Färmich nochmal ein Stück zurückgeht, wir sind bei 100 Teilflächen, etwas reduziert. Dieser Wert 0,33, der wird jetzt hier schon demnächst erreicht. Noch ein bisschen nach oben. Seht ihr, bei 50 Flächen haben wir 0,32. Und in den nächsten 50 Flächen ändert er sich nur noch minimal. Genau, jetzt hat er sich geändert. Und jetzt bleibt er bis 100 gleich. Also das heißt, jetzt haben wir nur noch Änderungen im Bereich nach der zweiten Nachkommastelle. Also schon relativ genau, aber immer noch, wenn man ranzoomen würde, da gibt es noch Bereiche dieser Fläche drunter, auch wenn es jetzt ganz grün aussieht und auf der Auflösung im Video jetzt nicht so toll zu sehen ist, wo eben Teile der Fläche immer noch fehlen. So, die Fläche ist jetzt zu niedrig bei der Untersumme. Aber mit der Obersumme kann man das auch berechnen. Und das macht jetzt mal der Herr Teil. So, jetzt kommt mein Vorschlag, das Ganze anzunähern. Und statt der Untersumme, wo uns ständig Teile fehlen, nehmen wir doch jetzt die Obersumme. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir nehmen die selten vier Abschnitte, die auch der Herr Fähnrich genommen hat, bei 1 Viertel, 2 Viertel, 3 Viertel und 1. Wieder 1 Viertel breit. Nehmen aber dieses Mal nicht wie vorhin den Anfang des Abschnitts, dessen Funktionswert, das war hier, hier, hier und so weiter. Sondern wir nehmen für den ersten Bereich als Höhe des Ganzen den Funktionswert vom Ende, für den zweiten Bereich als Höhe den Funktionswert vom Ende, für den dritten und so weiter. Und ihr seht, jetzt entstehen wieder Rechtecke. Dieses Mal sind es auch vier Stück, weil das erste ja schon einen Funktionswert hat. Allerdings, das wird halt vielleicht nicht gleich einwenden, hat meins jetzt das Problem. Naja, jetzt haben wir zu viel. Ja, vielleicht noch ganz viel zu groß, wie bei mir. Aber auch da können wir jetzt was lösen. Vorhin war er viel zu klein, jetzt ist er viel zu groß. Wir schauen uns das Ganze einfach wieder in GeoGebra an und schauen mal, ob sich was verändert, wenn wir die Anzahl der Bereiche erhöhen. Wir haben das Ganze hier wieder in GeoGebra. Und wir sehen hier, das ist das gleiche Bild wie drüben, momentan sind es vier Teilbereiche. Und wir haben als Obersumme den Wert 0,47. Wir erinnern uns vorhin, beim Herrn Fähnrich seiner Methode mit der Untersumme, waren wir schon an einen Wert rangekommen von ungefähr 0,33, der sich nicht mehr groß verändert hat. Jetzt schauen wir mal, was hier passiert, wenn wir das Ganze erhöhen. Wir sehen jetzt, im Schritt weisen erhöhen, die Obersumme senkt sich ab. Wir sind jetzt schon bei 14 Teilbereichen runter auf 0,37. Und wir sehen, es sind zwar immer noch Flächen drüber, aber insgesamt ist jetzt wesentlich weniger Fläche oberhalb der Kurve aus Versehen noch mit dabei. Wir erhöhen es jetzt von diesen 14 Teilbereichen einfach mal weiter und schauen an, was mit unserer Obersumme passiert. Und wir sehen, sie nähert sich einem ähnlichen Wert wie vorhin. Und auch hier kommen wir jetzt, etwas verrutscht, kommen wir in einen Bereich, wo sich es jetzt gar nicht mehr ändert. Dieses Mal allerdings nicht 0,33, sondern 0,34. Wir sehen, wenn wir jetzt reinzoomen würden, würden wir sehen, es sind immer noch mini kleine Flächen oberhalb der Kurve. 0,34 ist ein bisschen zu groß. Vorhin 0,33 war ein bisschen zu klein. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das Ganze noch besser hinbekommen. Ja, und das ist eigentlich das Problem. Wir haben jetzt sozusagen einen, der stapelt ein bisschen zu tief, einen, der stapelt ein bisschen zu hoch. Tja. Eigentlich liegt die Lösung genau zwischen uns. In der Mitte. Wir brauchen jemanden, der das ein bisschen ausgleicht. Und da gibt es auch eine Methode, die zeigen wir euch auch gleich. Wie gesagt, der beste Weg wäre ein Mittelweg. Wir nehmen deswegen als Höhe von so einem Rechteck den Funktionswert genau in der Mitte. Zwischen 0 und 1 Viertel ist 1 Achtel hier. Wir nehmen f von 1 Achtel, das ist unsere Höhe, also unsere Fläche A1, ist dann f von 1 Achtel, mal die Breite. Die Breite hat sich nie geändert, egal ob es Untersumme war, Obersumme, oder hierzu eine Art Mittelsumme. f von 1 Achtel mal 1 Viertel. Berechnen wir das live. 1 Achtel im Quadrat ist 1 Vierundsechzigstel mal 1 Viertel. Oder kommt was ganz Kleines raus, aber wir sehen ja auch, dieses Rechteck ist ganz klein. 1 Zweinundsechsenfünfzigstel. Das wäre die erste Fläche, A1. Wir berechnen jetzt auch die Flächen A2, A3, A4. Versucht ihr das vielleicht erstmal, ob ihr es hinbekommt. Überlegt euch, was sind die Funktionswerte in den Mitten von den jeweiligen Bereichen. Wenn man es sich in Achtelschritten vorstellt, kann man es sich ganz einfach überlegen. Und dann schaut mal, ob das mit dem übereinstimmt, was wir euch jetzt gleich zeigen. Richtig, pausiert hier das Video. So, hier die weiteren Ergebnisse. A2 ist F von 3 Achtel mal 1 Viertel, gibt dann 9 zweinundsechsenfünfzigstel. A3 ist F von 5 Achtel mal 1 Viertel, gibt dann 25 zweinundsechsenfünfzigstel. A4 ist F von 7 Achtel mal 1 Viertel, gibt dann 49 zweinundsechsenfünfzigstel. Das heißt, die Gesamtfläche ist A1 plus A2 plus A3 plus A4, also diese gesamte orangene Fläche. Die ist 21 zweinundsechzigstel, das ist ungefähr 0,33. Und das Tolle ist jetzt, wir hatten vorhin als Untersumme bei 100 Flächen, ungefähr 0,33. Bei der Obersumme hatten wir bei 100 Flächen ungefähr 0,34. Wir wissen, das Ergebnis ist eigentlich ungefähr dazwischen. Und hier kriegen wir mit nur vier Flächen scheinert ein Ergebnis, was dazwischen liegt und sehr genau dem richtigen Wert nahekommt. Zumindest auf zwei Nachkommastellen, genau. Richtig. Okay, wiederholen wir nochmal. Die eine Methode war die Methode der Untersumme. Da haben wir immer den Funktionswert genommen vom linken Rand. Das war zu klein. Das andere, die Methode vom Erteilen, war die Methode Obersumme. Da haben wir den Funktionswert genommen am rechten Rand. Das war zu groß. Jetzt nehmen wir den Funktionswert genau in der Mitte. Der ist ein bisschen zu klein, ein bisschen zu groß, passt. Also genau gibt hier schon einen relativ genauen Wert. Man könnte es natürlich jetzt noch genauer machen, indem wir die Anzahl der Teilflächen, die wir da reinpacken, erhöhen. Also auf 10, 100 oder 1000. Wie wir es vorhin bei der Obersumme gemacht haben. Aber der Wert ist auch schon ganz gut. Macht es jetzt mal so, dass ihr euch das Ganze hier an der Stelle in euer Heft übernehmt. Und anschließend überlegen wir uns mal an einem anderen Beispiel, wie man das Ganze allgemein angehen kann. So, das ganze Bild hier sieht jetzt sehr ähnlich aus, wie das, was wir vorhin gemacht haben. Nur haben wir jetzt keine festen Werte, sondern einfach nur allgemeine Stellen und zugehörige Funktionswerte. Wir überlegen es uns mal genauso. Die erste Fläche hier würde folgendermaßen aussehen. Wir machen f von z1 mal wieder der Differenz hier unten, das ist wieder die Rechtexfläche, sozusagen der Funktionswert, mal der Differenz zwischen x1 und x2. Das wäre gerade Delta x. Also sozusagen Höhe mal Breite. Die Höhe ist f von z1 und die Breite ist Delta x. Genau. So, jetzt haben wir vorhin lauter einzelne Flächen gemacht und anschließend addiert. Jetzt addieren wir die einfach gleich. Die nächste Fläche wäre dann als Höhe f von z2 und die Breite wäre die gleiche. Wir haben wieder Delta x, weil der Abstand zwischen x1 und x2 und x2 und x3 ist so gewählt, dass es gleich wäre. f von z2 mal Delta x. So, und jetzt stellen wir uns vor, das Ganze geht jetzt so ewig weiter, je nachdem, wie viele Teilflächen wir gewählt haben. Da würden jetzt also lauter einzelne weitere Rechtecke dazukommen, bis wir schließlich zum letzten Rechteck kämen, je nachdem, wie viele Unterteilungen wir gemacht haben. Sagen wir, wir haben n Unterteilungen gemacht, wäre das f von zn mal Delta x. So, und das Ganze hier wäre jetzt die Gesamtfläche a n. Das n bezieht sich jetzt hier nicht drauf, dass es Fläche 1, 2, 3, und so weiter ist, sondern es ist eine Gesamtfläche, die sich aus n Flächen zusammensetzt. Also Beispiel bei a 100, wären es 100 Teilflächen und wäre 100 solcher Päckchen im Endeffekt von f von z, 1 oder 2, 2, 3, mal immer der gleichen Breite. Genau. Wenn wir jetzt hierfür sehr große Werte von n einsetzen würden, würden wir immer genauere Werte bekommen, die der Fläche unter der Kurve, die wir herausbekommen wollen, sehr nahe kommt. Auf Dauer ist es natürlich aber blöd, immer größere Zahlen einzusetzen, deshalb wäre es sozusagen gut, wir können einsetzen, wir nehmen jetzt einfach die größte Zahl. Die größte Zahl an sich existiert ja aber eigentlich gar nicht, weil wir wissen, es geht immer noch weiter. Aber wir kennen vielleicht schon das Zeichen dafür, man sagt nämlich unendlich. Das sieht aus wie diese umgefallene 8, das Unendlich-Zeichen. Jetzt könnte man sagen, okay, wir machen einfach mal a von unendlich, das können wir direkt aber nicht machen, da unendlich keine wirklich existierende Zahl ist, deshalb können wir das hier nicht einsetzen. Dafür benutzt man eine andere Darstellung, und zwar den sogenannten Limes. Limes von a n für n gegen unendlich. Das bedeutet, wir schauen, was für einen Grenzwert hat das hier oben, welchem Wert nähert sich das Ganze, also dieser ganz genaue Wert für die Fläche, wenn wir n gegen unendlich gehen lassen, wenn wir also unendlich viele Teilflächen haben. Der Begriff Limes kommt auch aus dem Lateinischen und meint Grenzwall. Wir bewegen uns also auf eine Grenze zu. Wenn wir das Ganze jetzt hier einsetzen, dann bilden wir also den Grenzwert von dieser großen Summe hier, dafür, dass wir n gegen unendlich gehen lassen. Das ist natürlich jetzt eine riesen Schreibarbeit, und damit man das nicht immer machen muss, gibt es eine Kurzschreibweise, die haben wir hier unten, mit diesem großen, aufgebogenen s, das nennt sich Integral. Wir machen das Integral der Funktion f von x, dx im Bereich x1, hier drüben, wo sozusagen von unserem ersten Bereich das Ganze startet, bis zum Ende xn, das wäre unser allerletzter Bereich, f von zn endet ja dann mit dem Wert xn. Und das ist eben dieser neue Begriff, nachdem auch unser aktuelles Kapitel benannt ist, das Integral. Und dieses Zeichen, das Integralzeichen, sieht ja ein bisschen komisch aus, das sieht eigentlich so aus wie ein s, ein bisschen ähnlich wie ein s, ein s wie die Summe, und was wir hier oben auch haben, ist eine riesige Summe, eine ganz, ganz lange Summe, deswegen dieses s so ein bisschen aufgebogen, und ist jetzt im Endeffekt kein s mehr, sieht nur so aus, ist das Integral. Gut, bevor ihr das Ganze jetzt aufschreibt, stoppt erstmal, wir nehmen diese Bestandteile, packen die jetzt schnell in eine vernünftige Definition, mit entsprechenden bisschen Erklärung dazu, und das könnt ihr dann abschreiben. Gleich nach dem Schnipsen. So, von einer Sekunde auf die andere haben wir die vollständige Definition hier. Ist an, diese Summe, f von z1 mal Δx plus f von z2 mal Δx plus, Punkt, 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 plus f von zn mal Δx, eine beliebige Rechtecksumme, zu der Funktion f über dem Intervall ab, dann heißt der Grenzwert Limes von a n für n gegen unendlich, Integral der Funktion f im Intervall ab. Integral ist neuer Begriff, deswegen unterstreiche ich den bitte orange. Man schreibt dafür, für dieses Integral, dieses Integralzeichen, f von x dx, a, b, und wichtig ist, wie man das Ganze liest, wenn man darüber redet, würde ich sagen, das ist das Integral von f von x, von a bis b. a ist dabei die untere Grenze immer, o ist die obere Grenze, b ist die obere Grenze, und dieses dx, was da hinten steht, schreibt immer nach welcher Variabel integriert wird, x ist hier die Integrationsvariabel, falls diese Begriffe mal im Text irgendwo vorkommen, wisst ihr das. So, und jetzt kommen wir eigentlich zum Allerwichtigsten, mindestens genauso wichtig wie diese Definition, und deswegen auch wieder ein Ausrufezeichen hier, das Integral, f von x dx, von der unteren Grenze a, zur oberen Grenze b, ist der orientierte Flächeninhalt, unter dem Graphen der Funktion f von x. Orientierte Flächeninhalt, wisst ihr, sozusagen positive Flächen, sind die Flächen oberhalb der x-Achse, negative Flächen sind die Flächen unterhalb der x-Achse, die muss man dann je nachdem positiv oder negativ auch zählen, und das ist dann der orientierte Flächeninhalt. Gut, wir kommen dann jetzt zu den, zum Integral gehörenden Aufgaben. Da eine kleine Zusatzinformation, was wir jetzt hier in diesem Video bisher gemacht haben, mit den Rechteckflächen, war wichtig für die Herleitung des Integrals, dass ihr euch was darunter vorstellen könnt, was da eigentlich gemacht wird, was auch der GTR da macht, um es näherungsweise zu berechnen. In den Aufgaben, die wir jetzt machen, werden euch allerdings diese Rechteckflächen nicht mehr begegnen. Das Integralberechnen machen wir jetzt zunächst erstmal mit dem GTR, und in einer der kommenden Stunden werdet ihr auch lernen, wie man das dann von Hand macht. Also für euch das Wichtigste ist das hier unten, und die Aufgaben, die nun folgen. So, hier sind nun schon die Aufgaben, beziehungsweise die Aufgabe 1. Ich lese sie mal vor. Bestimme das Integral, Integral f von x dx, von minus 2 bis 3, mit Hilfe der in der nachfolgenden Figur angegebenen Flächeninhalte. Ich habe jetzt hier freihand eine Funktion bezeichnet, die ungefähr so aussieht. Die Skizze müsst ihr auch in euer Heft übernehmen. Und wir haben hier ungefähr mal geschrieben, wie viel die Flächeninhalte sind. A1, hier von minus 2 bis 0, ist 5. A2 von 0 bis hier, bis zu dem Schindpunkt, ist 1,5. Und A3, die unten schraffierte orangenen Fläche, ist 2. Jetzt, ganz wichtig, hier, diese Flächen, sind die richtigen Flächen, nicht die orientierten Flächen. Wenn der orientierte Flächeninhalt, dann wäre ja diese Fläche minus 2. Und wir erinnern uns, was der Herr Fernrich gerade gesagt hatte, Integral ist gerade der orientierte Flächeninhalt. Das heißt, wenn wir jetzt das Integral von minus 2 drüben haben wollen, bis zu 3, dann müssen wir eben den orientierten Flächeninhalt berechnen. Also beachten, welche Flächen liegen oberhalb und welche Flächen liegen unterhalb der x-Achse. So, und dieses Integral müssen wir jetzt berechnen. Und wir machen jetzt hier eine Pause. Und ihr könnt mal versuchen, das selber zu berechnen. Das ist gar nicht so schwer. So, ich hoffe, ihr habt es hinbekommen. Man muss nämlich einfach nur diese Flächen zusammenzählen. Aber eins muss man beachten, man muss sie nicht ganz genau zusammenzählen. Man rechnet hier a1 plus a2. Und weil a3 ja unterhalb der x-Achse ist, rechnen wir minus a3. Also haben wir 5 plus 1,5 minus 2. Also haben wir 4,5. Super gerechnet. 4,5. Das streichen wir noch. Das war ja gar nicht so schwer. Kommen wir also direkt zur Aufgabe 2. Kommen wir zu einer zweiten Aufgabe. Wieder soll das Integral bestimmt werden. Dieses Mal ist allerdings kein Schaubild einer Funktion vorgegeben und schon gar keine Teilflächen. Jetzt kommt wirkliche Rechenarbeit. Und wie vorhin gesagt, das Schöne, vorläufig muss diese Rechenarbeit der GTR machen. Wir sind dann noch ein bisschen faul. So, das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir zeichnen erstmal altbekannt mit dem Graph-Menü unsere Funktion x hoch 3. Die sitzt hier dargestellt. Und jetzt kann der GTR direkt das Integral als orientierten Flächeninhalt berechnen. Und zwar über G-Solve. Da müssen wir in den zweiten Bereich, also mit F6. Und dort seht ihr jetzt schon bei y-Calculate und x-Calculate die beiden Funktionen, die wir schon kennen. Direkt daneben ist noch eine. Und das ist jetzt unser Integral dx. Und dort müssen wir jetzt die untere und die obere Grenze eingeben. Zuerst mal die untere. Das wäre minus 2. Und dann die obere. Das wäre das 3. Und dann sehen wir das. Wir bekommen das Ganze schon schön eingefärbt. Und keine Sorge, der Berechner auch das richtige Ergebnis. All den orientierten Flächeninhalt berechnet er. Auch wenn es hier nicht komplett ganz eingezeichnet ist, weil es nicht auf dem Display ist, rechnet es trotzdem richtig und es funktioniert. Das heißt, das Ergebnis mit unserem GTR wäre das folgende. Dieses Integral hier oben, Integral von minus 2 bis 3 x hoch 3 dx ist gleich 16,25. Berechnet haben wir das mit dem GTR. Was jetzt wichtig wäre, das ist nicht die gesamte Fläche hier zusammen plus die, die beiden Flächen zusammen, sondern das ist der Unterschied zwischen den beiden Flächen. Denn diese hier ist unterhalb der x-Achse. Die wird negativ gewertet. Die hier positiv. Und wenn man die addiert, bleibt von der ein gewisser Teil übrig. Und das wären die 16,25. So, damit kommen wir auch zum Ende des Videos. Wie gesagt, das Wichtigste ist einfach, dass das Integral der orientierte Flächeninhalt ist unter dem Graph der Funktion f. und diese zwei Aufgaben, die wir jetzt zusammen gemacht haben, sodass ihr es mit dem GTR auch rechnen könnt und auch von Hand rechnen könnt, solange wir eine Skizze mit den Teilflächen gegeben haben. Genau. Das wäre unser Programm für die nächste Stunde. Bis dann. Tschüss. Ciao.